Mein Name ist Guy Stelmes, ich bin ein Mitglied des Komitees des Starfighters. Wir haben einen Einmarsch populär, den wir alle Jahre aufhören, eigentlich immer der zwei am Jahr. Wir hatten heute die Idee, für die Leute auf einem Tag den Zeitpunkt der Arbeit zu präsentieren. Der Marsch des Zofano gingen über sieben, elf oder zwanzig Kilometer. Auf dem sonnigfrischen Oktober-Sondag waren bis zur Wauermittes weit über 1000 Leute auf die Tür gegangen. Bei dieser Marsch populär kommen Kollegen aus dem Ausland zu Mombuzo geräst. Und die Paare, die im Zentrum des Omnisportes Roger Krieger waren, gingen in Lützebüsch geschwärts mit auch deutsch, französisch, flamänisch und holländisch. Von einer der Partizipanten von heute sind wir erstaunt, dass ganz viele Belgeschnopern bei uns teilgenommen wurden. Der Grund aus dem folgenden Klagsjahr hatten wir die Pech, dass er bei zwei Marschen ... ... ... ... ... ... ... ... ...